hey leute und willkommen zu einem video welches ein jahr alt ist für mich ist heute nämlich der 21.12.2015 und für euch ist ein jahr später der 21.12.2016 das heißt ihr seht gerade die torben nur in ein jahr jünger und ich sehe mich selbst in ein jahr jünger und das ganze in einem jahr diese ganzen zahlen und ja leute ich weiß nicht ob ihr es kennt ich habe es letztes jahr schon mal gemacht das seht ihr gerade hier im hintergrund vom 1.12.2014 das ist gerade freigeschaltet geworden ich habe mich gerade an meinen rechner gesetzt und dann dachte ich mir das muss wir dieses ja noch mal machen gott zu sagen kannst du das video freigeschaltet und hast daran gedacht dann dadurch ich weiß so konnte ich das jetzt noch machen ja zu dem zeitpunkt war ich 15 jetzt bin ich 16 und oben in der facecam sieht man auch noch mein altes zimmer das haben wir jetzt renoviert sieht man ja im hintergrund ist alles anders ich bin an einer ganz anderen position als da und meine audio qualität ist da schrecklich also das kann ich euch gar nicht antun die zu zeigen da müsst ihr euch das video schon selbst angucken haha ja was gibt es sonst noch hier denke ich mal nichts mehr außer dass ich mich auch vom aussehen ein bisschen verändert habe da hatte ich nur noch da hatte ich nur ein bildschirm das weiß ich noch jetzt habe ich ja gott sei dank zwei das ist alles ein bisschen einfacher so was gibt es sonst noch zu sagen ja gucken wir uns doch mal das video genauer an und analysieren ist ein bisschen wir haben gerade die 1000 abonnenten geknackt am 1.12.2014 und hatten insgesamt 134.000 video aufrufe wenn wir uns das ganze mal in comparison with today angucken also im vergleich mit heute haben wir 6000 abonnenten und insgesamt 707.000 aufrufe also 6044 abonnenten und 707.000 aufrufe das heißt wir haben sechs mal so viele abonnenten und sieben mal so viele gesamt aufrufe was ziemlich krass ist dann war damals unser format adventskalender logischerweise der 21 ist das letzte türchen weil ich das halt aufgenommen habe und badwars part 52 das heißt damals hat mich schon die badwars serie waren bei part 52 heute sind wir bei badwars part 190 krass das wird gerade eben freigeschaltet heißt auch so schön weihnachtsmap spielen logischerweise auf einer weihnachtsmap ja was sonst noch was ich gerade gesehen habe ist vor sieben stunden wann habe ich das denn aufgenommen war richtig spät wenn wir davon ausgehen dass es 14 uhr war um 21 uhr habe ich das aufgenommen alles klar deswegen sehe ich wahrscheinlich auch so kacke aus vor allem es ist ein schlafanzug oberteil was ich daran habe aber verraten es bitte nicht wie es mal nehme jetzt schon wie ihr hier unten seht um 14 uhr 22 auf vor 22 minuten kam die neue badwars folge raus war auch rede ich gerade wieder so geschwollen viel so damit es jetzt wieder interessanter wird gehen wir weiter weil ich zeige hier gleich unser beliebtestes video ja da zeige ich es da das ist badwars part 2 mit damals ich mache mal ein bisschen zurück damit ihr es auch besser sehen könnt mit damals 34.000 aufrufen wie ihr da seht und today hat es einfach mal wir gehen runter 100.000 aufrufe mehr denn heute sind es 122.953 aufrufe die badwars part 2 hat damit ist natürlich immer noch unser beliebtes video so gut das hätten wir damit auch geklärt sonst noch was interessantes also aboleiste seht ihr da aboleiste seht ihr hier ist jetzt ein bisschen was dazu gegangen gekommen auch wieder ein bisschen was weg gegangen würde ich mal behaupten und ja sonst noch was ich denke nicht ich denke so grob was ich hier das interessante alter mein mein gesicht jo dann würde ich sagen gehen wir mal auf twitter twitter ist insofern ganz interessant weil damals hatten wir 13 follower jetzt haben wir 47 follower 47 folge ich 33 gefällt mir wir haben zwar nicht so viele follower aber das ist okay die 47 kriegen dann immerhin mit was so abgeht und da seht ihr vor drei stunden wurde das hier freigeschalten mit der vergangenheit dieser aufnahme ist ein jahr alt 11 12 zu 14 so werde ich das nächste mal auch nennen nur halt 11 12 zu 15 dann habt ihr hier vor 23 minuten badwars part 91 und dann hier part 89 part 98 der turm vom schnitt logischerweise immer so und der mmoja adventskalender war auch am start da drei mitteilungen habe ich kommentar schaue ich gleich an hallo vergangenheit das war vor 35 minuten schnittchen ad shani xd das retweeten wir doch mal ja hier keine ahnung alles klar schön so was zu sehen machen wir das mal wieder weg und designtechnisch hat sich seit 2014 hier nichts verändert ist immer noch das gleiche design nur hier oben rechts das youtube bild ist jetzt mittlerweile eine kugel und kein viereck mehr dann das sonst alles beim alten außer unserer homepage die hat sich noch verändert von punkt jimdo.com zu punkt wie die punkt kommen kann man hier sehen da da die hier so ein kleines formular zum ausfüllen blablabla gibt es halt viel hier und dann hat man hier informationen über projekte upload plan equipment dann hier den shop downloads kommt pvp v2 skin packs maps und so weiter credits kontakt wir gehen mal auf unserer pvp pack version 2 ich weiß nicht ob dann schon jetzt in einem jahr ich denke es wird die pvp pack version 3 aus sein ja da seht ihr es download am ende der seite genau hier das promo video und so weiter habe ich mir richtig mühe damals mitgegeben mit dem transparenten guis hier den auffälligen kisten pvp bogen blablabla blu war schön mal gucken wie das dritte wird machen wir das mal wieder weg und dann würde ich sagen gucken wir uns mal einmal an wer so unter dem neuen video schon kommentiert hat und wenn nicht weil wer jetzt aktiv ist der kriegt jetzt die ehre in diesem video zu sein so da ist das neue video bei etwas part 91 weihnachtsmap gerade freigeschaltet hat schon fünf likes ein dislike der ist natürlich immer da und tiny hyrule hat geschrieben hi du hast die ehre in diesem video zu sein ja dann würde ich sagen leute war es auch schon wieder von diesem video ich hoffe echt es hat euch gefallen mir hat das eben mega spaß gemacht so mein altes video zu sehen von vor einem jahr und ich hoffe das wird auch nächstes mal wieder so sein ja habe ich gelesen also habe ich wahrgenommen dann würde ich sagen wisst ihr was gerade krass ist ich weiß einfach nicht zu wie vielen menschen ich rede gerade es könnte ja sein dass es in einem jahr immer noch 6000 sind so um den dreh oder ob es weniger dass es weniger geworden sind aber es könnte ja theoretisch auch sein dass es 15.000 sind oder das mit glück ist auf einmal 100.000 sind und das ist echt ein krasses gefühl gerade ich bin mal gespannt leute macht so weiter wie ihr seid ihr seid die besten dann würde ich sagen haut da rein wir sehen uns morgen in einem jahr für euch natürlich auch schon jetzt morgen morgen startet übrigens arg mit tobi also für mich jetzt freue ich mich schon darauf das hochzuladen dann würde ich sagen lasst ein like da falls es euch gefallen hat unten netten kommentar würde mich echt freuen und abonniert um nichts zu verpassen haut da rein und ich musste kurz meine taste finden und ciao